Hallo zusammen, ich bin Simon, ich bin hier in Budapest, Rennen Nr. 11. Auch hier ist die Strecke. Dann geht der Zweck und kommt nicht bis jetzt an. Wir haben noch ein paar Eindrücke an Budapest. Dramatische Musik Dramatische Musik Bude jetzt die Strecke. So, das war es hier von Budapest, jetzt ist die Sommerpause, das heisst Company Shutdown, das heisst jedes Formel 1 Team nach zwei Wochen lange arbeiten und dann geht es auch schon weiter nach zwei Wochen in Span, Belgien im nächsten Rennen. Macht's gut! Untertitelung des ZDF, 2020